Ich will ein Kind in mich haben. Meine Mutterchen sagte immer zu mir und zu die anderen, ein Kind muss drin sein. Wenn das Kind nicht mehr drin ist im Erwachsenen, dann ist es nicht schön. Und so halte ich mich drauf. Mein Vater auch. Immer lieber etwas kindlich sein ist besser. Und wenn alle mitmachen, keine Sturstöcke, wenn da viel zu wachsen ist, das Blödsinn, macht ja keiner von uns hier alle. Wir machen alle mit. Da macht Spaß. Wie ich wieder acht oder neun jahre alt wäre. Die so mit lange Rühe in die Klumpen hier und trotzdem kommen sie daher. Günther hat etwas entdeckt, das sein Interesse weckt. Ist seine Leidenschaft für Autos doch noch nicht ganz erloschen? Alte Erinnerungen sind das. Tja, das war noch ein Auto. Der ist praktisch alleine gefahren. Und der lief echt sauber. Nur, dass ich Automatik hatte und das hier Schalldruck. Und Automatik war schöner. Brauchst du nur einen Fuß, nur einmal rückwärts und dann nur vorwärts. Und dann gar nichts mehr. Diese Box hier ist besonders interessant, weil sehr viel Schaum kommt. Und deswegen wasche ich gerne. Umso mehr Schaum, umso weniger Kratzer. Und hier bei der Anlage habe ich so viel Glück, dass super viel Schaum ist. Und deswegen fahre ich immer hier. Und dann gibt es natürlich eine Todsünde, die man nie, niemals in der Waschanlage machen sollte. Die kann sicher tödlich ausgehen für den Autofahrer. Wenn er das jetzt hier mit diesen Hochdruckschaler rangeht, waschen, alles in Ordnung. Er kann auch nur seine Felge waschen. Aber er sollte nie dicht an den Reifen selber gehen hier. Aber wenn man das hier so dicht rangeht, verstört man das ganze Gewebe des Reifen. Er platzt weg. Und das kann auch unterwegs passieren. Deswegen ist es eine Todsünde. Weil man kann ja mal mit der Bürste rübergehen. Das schadet nicht. Und natürlich die Cabrio-Fahrer mit der Stoffverdecke. Weil sich die Impression, also wie das imprimiert ist, das Dach, wie ein Schuh ist ja auch, löst sich ab. Und dann kann man am Ende ein Schwimmbad haben. Und das sollte man auch nicht mit dem Sprüher. Oder zumindest man tut ein Einreiben von ganz weitem leicht rüber. Also nicht von nahen. Das ist in Ordnung. Das teste ich mal. Ich habe aus die 70er, ich habe aus die 80er, die 90er und aktuell. Aktuell, sage ich mal, zählt zur Zeit. Das ist absolut Trend heute zur Zeit. Diese Hemden, die Knüttelhemden. Alles habe ich. Ich habe ja auch noch ein paar andere Kleiderschränke. Und da muss man alles haben. Was heute modern ist, ist morgen altmodern. Und übermorgen ist es wieder total trendy. Das habe ich überall gemerkt. Das ist auch Schrott. Die Haube hat auch kaputt. Wenn jetzt das andere Modell wäre, der Umsteller modern, könnte man die Heckklappe, Haube und die Schlusslichter und die Stuhlstange. Das ist ein komplett anderes Auto. Das hat mit denen nichts mehr zu tun. Das ist auch ein Escort, aber ein Umsteller. Den gibt es ab 1993 schon. Also ist ein ziemlich alles Modell. Da ist nichts dran zu verdienen mehr. Da steckt man noch Geld rein. Meine Mütze hier ab. Außen Kleder nass. Innen kann man reinfassen. Trocken. Guck dir mal an. Pfeffer trocken drin. Ja, nichts durchgekommen. Innen drin keine Feuchtigkeit. Außen runter. Null. Ey, die sind echt geil. Super, die Dinger. Wenn man so richtig aufsetzt hier. Und guck mal an. Es gibt so heute verschiedene Farbentrends hier. Ich stehe auf rot hier. Meine Autos sollen ja auch gerne mal rot sein. Ja, nicht blau. Man kann es über die Ohren tragen. Man kann es unter die Ohren tragen. Man kann es auch ein bisschen vorziehen. Man kann es auch wieder peter quer setzen. Sieht auch gut aus. Quer unter die Ohren. Das ist trendy. Ich möchte wühlen. Schätze rausholen. Ich habe genug Regale. Das geht nicht um die Regale. Es geht um die Romantik. Ich finde immer wieder einen neuen Schatz, den ich jahrelang weggelegt habe. Weil ich so weit weg bin. Ach, die sind auch neu. Ja, das war aber ziemlich gefährlich. Das macht Spaß. Wenn ich was auf den Kopf kriege oder ich wissen, die macht mir auch nichts aus. Ich bin immer wieder rausgekommen. Gerade ein dickes Beude auf dem Kopf und ein richtiges Ei. Das macht nichts. Ein bisschen schade ist doch, was ich zugesagt habe. Hätte ich nicht gesagt, aber was soll man machen? Ich meine, fahren tue ich ja sowieso nicht mehr. Aber man hängt immer noch dran. Weil ich nicht mal lange gefahren. War auch ein schönes Auto. Bequem, gemütlich und alles. Und deswegen hängt man noch dran. Der Traum war immer ein Leichewagen. Da wollte ich einen alten Sarg reinmachen. Und dann, wenn ich da mit der Frau einkaufen gehe, dann wollte ich den Sarg rausziehen für die Lebensmittel. Die konnte man schön reinschleppen und alles. Aber meine Frau sagt, das darf ich nicht. Was will ich machen? Also kann ich jetzt in dieser Art und Weise hier mal ausprobieren, Probeliegen. Und dann muss, wenn meine Frau das mitbekommt, die haut mal was hinter die Hörernamen. Wenn mein Vater gestorben ist, da war ich ja noch fünf Stunden oben bei ihm, wer tot da oben lag. Und dann hatte ich ja Geburtstag. Ein paar Tage später, am 6. Februar, gehe ich durch die Halle, komme von draußen rein. Und da sehe ich ihn original oben sitzen. Guckte er aus dem Fenster, ob mir das einer glaubt oder nicht. Obwohl er ja gar nicht mehr gelebt hatte. Deswegen glaube ich an so eine Sache. Ich male gerne, weil ich das im Fernsehen gesehen habe, immer von dem Bob Rossheiser, glaube ich. Den gucke ich manchmal gerne stundelang zu. Und dann habe ich das auch mir übernommen. Die erste Schicht ist ja nur, dass es mal ein bisschen deckt. So ist es. Der zweite Übergang nach einer Minute ist besser. Ja, der Tod ist grausam. Zum Beispiel, wo die Mutter oder der Vater verstorben sind, konnte ich eine Woche lang nicht essen, nur trinken. Aber wir wissen, dass nach dem Tod, was kommt. Eine Zusammenkunft. Ich würde auch nicht dran glauben, aber ich als Kind habe es miterlebt. In Ruhrgebiet hatten wir ein Haus in Stockholm. Da hat es gespukt. Und da hat man es richtig gemerkt. Das muss man mal sehen, das Haus. Erst fing es an, wie richtige Schritte. Ob ich laut gehe. Das war ein Holzboden. Da hast du dann Bums, Bums. Auch diese Schritte gehört. Immer. Einmal im Flur, einmal auf dem Dachboden und so weiter. Immer wieder auf dem Dachboden. Da haben wir zugenagelt den Dachboden mit langen Nägeln. So ungefähr 13, 14 Zentimeter waren die wirklich gewesen. 10, 20 Stück rein. Nächsten Tag waren sie wieder aufgebrochen. Man muss es erst selber sehen. Sonst sagt man ja, das ist Schwachsinn. Würde ich ja auch denken. Das ist nicht das Ende. Dann schließlich von meiner Schwester war das Himmel nicht mehr offen gegen. War Licht aus gewesen, alles. Wir konnten alles machen. Die Tür ging nicht offen. Dann haben wir durch den Fenster geguckt. Dann ging einmal Licht an. Ob es der Strom war, aber wie soll sich ein Plattenspieler an eine Platte reinlegen, wo keine Platte drin war. Der Plattenspieler war ein Plattenspieler, wo man seitlich reinschiebt die Platte. Dann ging der Plattenspieler an. Dann war ungefähr 10, 15 Minuten, hat keiner die Tür nicht offen. War Plattenspieler an, war Licht angewiesen und alles. Dann ging die Tür automatisch offen. Gingen wir zum Plattenspieler, im Plattenspieler keine Platte mehr drin. Licht war alles aus. Jetzt kann ja keine Platte rausgehen irgendwie. Und seitdem glaube ich, dass das danach kommt. Sonst hätte ich es nicht geglaubt. Es ist schon so eine Sache. Weißt du, was ich das mache? Ja. Ich halte einen Schnabel. Da habe ich mir schon so, oder hast du recht. Weil du dann langsam zu geschwätzig wirst. Manche Menschen sind so schwer verletzt und so weiter, hängen sich an letzten Leben halb, wie damals der Darsteller von Superman. Der hat doch gekämpft. Der hat gekämpft. Verloren, aber hat gekämpft, hat noch Lust gehabt. Und das ist ein Mensch mit wirklicher Kraft. Und das ist aber oben, wo sein will. Und seine Frau ist ja auch nachgegangen. Das liebe Paar ist eben da oben. Und so soll sich jeder denken. Wenn ein Paar da oben ist, soll es auch weiterkommen. Dann ist immer noch das Schnellste, was wächst, ist immer noch das Unkraut. Und die Mutter hat besonders draufgelegt, wer hat auf so einen Kopf, dass man so einen engelsen Kopf oder so draufkommt. Und der Vater wollte nicht, dass alles in einer Linie ist. Das soll ein bisschen kreuz und quer sein. Der Vater ist jetzt schon seit 91 tot. Das ist, ob er gestern gerade verstorben ist. Oder die Mutter. Das ist, ob er gestern passiert ist. Und er wird nie vorbeigehen. Oder auch die Oma. Die hat man noch voll im Bild sitzt. Da kann man nichts dagegen machen. Das bleibt in einem drin. Das ist auch gut so. Man soll die Verwandten nicht vergessen. Ja, man geht schon in Großstädte. So, wenn du ein Doppelgrab hast. Da wirst du nicht mehr nebeneinander. Da wirst du übereinander beerdigt. Weil zu viele Tote sind. Und zum Beispiel die auf dem Land auch zu Friedhöfe. Da weiß ich, von einem Deller gearbeitet hat. Da werden oben die Umrandung weggemacht. Grabsteine weggemacht. Oben glatt gemacht. Und wenn dann auch ein Fremder später kommt, kommt der nächste Einfach oben drauf. Es muss aber was kommen danach. Es kann ja nicht einfach Schluss sein. Ich glaube auch, dass unsere Eltern bei uns sind. Zwar anders als so, aber trotzdem, dass sie bei uns sind. Ich glaube fest dran. Ist egal, ob was andere Leute denken. Aber ich glaube da fest dran. Zu das Thema, Günter, gläubig. Ja. Bei uns die ganze Familie. Auf jeden Fall. Wir sind noch immer gläubig. Habe ich ja gesagt. Ja. Aber für mir bedeutet das ganz bedeutend wie für ihn. Ich weiß, dass was kommt. Den lieben Gott gibt es. Wir kommen oben schön hin. Wir werden unsere Eltern noch sehen. Unsere Lieben und die, die wir auch lieben. Und auch gute Freunde haben. Wir werden uns später mal treffen. Wenn jeder wüsste, was nachher geschieht, dann würden die ja alle Blödsinn machen, die meisten. Dann würden sie keine Angst haben mehr von Tod. Dann würden sie vielleicht noch früher gehen wollen oder so weiter. Geht ja auch nicht, gell? Es ist schon was bei, was der liebe Gott machen will. Finde ich auch richtig. Man kommt immer danach. Gell, Günterchen? Ja, auf jeden Fall. So, und dann ist hier mein ganzer Krempel hier. Hier haben wir noch ein paar alte Bilder gesammelt. Schöne alte Stücke hier noch. Und sowas kann man nicht trennen. Da habe ich jede Menge. Schönes Bild. Hier ist auch mein Schrottraum. Der ist momentan normal unser Hobbyräumchen. Aber momentan ist alles zugestellt. Normal tun wir uns immer hier einiges genießen. Aber wir müssen wieder anfangen abzuräumen. Was sieht man hier? Hier haben wir uns mal einen Saufer. Selbstgebauten Tresen. Da war mal der Kuhstahl. Ja, da hinten ist auch so ein Gerümpelschuppeln. Da ist unser Öltanks drin. Und, und, und. Ja, da sieht man, dass wir Brüder sind. Deswegen kommt es so. Was hat Peter, das Haufensystem. So habe ich auch das Haufensystem. Das macht so Spaß, weil ich alles sammeln kann. Wenn ich das in Regale machen müsste, hätte ich den Platz nicht. Und so packe ich jede Ritze, jedes bisschen voll. Also geht jede Menge von den Zeus hier rein. Da sieht man, jedes Stückchen, jede Ritze ist vollgepackt. Witterlimonnade rein. Ja, da braucht es. Ja, das Vitamine braucht er. Wir haben ja unsere eigene Vitamine. Und wir gucken auch, ob er es auch trinkt. Und nicht einfach, dass es wegschädtet. Unsere liebe Mutti. Er hat sich Sorgen gehabt. Er hat sich gesagt, wir müssen irgendwas machen für Günther, dass er etwas Farbe kriegt und so weiter. Und seitdem ging es noch besser. Die Haut wurde besser. War nicht mehr so schrumpflig. Ja, die Diät, das hat er schön Farbe gekriegt und alles. Die Mutter hat so viel gemacht. Oder auch echtes Essen. Ach echt, das ist ja immer so ein Häppchen, so ein kleines Bisschen. Du musst mal auch Brot essen, Nudeln essen. Wer ist das denn, Peter? Was isst du eigentlich? Der isst dann immer nur deinen Hamburger. Ich brauche was auf die Rippen, Mia. Du bist doch dick genug. Nee, ich habe schon meine Rippen kommen, meine Knochen kommen langsam überall raus hier, weil ich es vorhin mal aussehe. Das ist richtig grünes Zeug. Sieht man schön. Ach, schmeckt süß. Schmeckt nicht so gut. Das ist färchterlich. Aber es ist ungefähr für 35 Grad. Das reicht so viel Creme überhaupt nicht. Das neue Öl mal probieren. Habe ich schon. Sauber, lecker. So, alle Öle sind in Ordnung. Das schmeckt original nach Servolenkungsöl. Das hat einen extra Geschmack. Ja, das ist nicht so gut. Das schmeckt nach Muratöl. 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 Und das von der Kühleranlage, das ist süßlich. Das nimmt man auch für den Wein, wenn er um wahrscheinlich schlecht sein soll. Vor Frühjahr wurde es ungefähr 60.000, 70.000 Liter innerhalb von einer Woche als Wein in eine Fabrik eingeschüttet. Guten Wein. Der ist nie eingefroren. Konnte man ihn draußen stehen lassen. Genau. Das ist unser Auto, wie wir die Firma angefangen haben. Erst haben wir mit den älteren Goliaths angefangen. Da waren die Lampen noch außerhalb. Und nachher waren die Lampen in der Haube drin. Und das war praktisch unsere Jugendzeit, wie wir aufgewachsen sind. Wir hatten nicht nur einen gehabt, ungefähr 40 oder 50 verschiedene. Wir haben über die Zeit kaputt gefahren. Und so ging es weiter. Nachher waren die letzten Goliaths mit den Lampen in der Haube drin. Ach, wunderbar. Das war die erste Generation gewesen. Und dann kam die neue. Mit in der Haube die Lampen.